Der Trachten-Check natürlich auch mit Jungs. Die Lederhosen allein zwischen 700 und 800 Euro. Die Träger dazu 400 Euro. Die Schuhe, glaube ich, kosten einen Hunderter. Der Hut 90 Euro. Und die Scheike, das haben wir mal beim Flohmarkt. Um 5 Euro ersteigert. Schon 10 oder 12 Jahre alt. Hat damals, glaube ich, so 400 Euro oder so. Jetzt rechne da mal Inflation drauf. Ja. Meine hat Frau gekauft, ich weiß leider nicht. Schuhe 30 Euro. Die Runde 500. Die Jacke 80. Die Bluse 40. Die Tasche 30. Also sie trägt einfach mal entspannt meine Miete. Die Stirltel hat 350 Euro gekostet. Die Bluse war extra mit 80 Euro. 500 Euro. Lederhosen 800 Euro. Nehmen wir dann Hunderter. Der Latz 150 und der Hut auch 150. 30 Euro für Rental. Ich habe das nicht gekauft. Das ist ein Freund. Das ist 400 Euro. Das ist ein realer Götz. Du musst dir das aufhören, nicht wahr? Du weißt das. Diese Sendung wurde euch präsentiert von den Parfums von Guess.